Willkommen zum Training FTP, File Transfer Protokoll, Einsetzen und Verstehen. Ich möchte Ihnen mit diesen Folien einen kurzen Überblick über die technischen Hintergründe des FTP-Protokolls geben. Was ist denn FTP? Na, FTP ist natürlich eine Abkürzung, steht für File Transfer Protokoll, was einfach übersetzt Datenübertragungsprotokoll bedeutet. Und entsprechend ist es ein Protokoll, das dazu dient, Daten in IP-Netzen zu übertragen. Es arbeitet dabei auf der Anwendungsschicht, dem sogenannten Layer 7 des Netzwerkprotokollstacks. Es arbeitet nach dem Client-Server-Prinzip. Das heißt, wenn Sie eine FTP-Verbindung nutzen wollen, benötigen Sie ein Client-Programm auf Ihrem Rechner, um mit einem FTP-Server zu reden, der sich beispielsweise im Intranet oder im Internet befindet. Und wozu kommen FTP-Server zum Einsatz? Nun, trotz der weitverbreiteten Cloud-Lösungen, die auch frei zur Verfügung stehen, wie Dropbox oder Google Drive, stellen immer noch sehr viele Firmen Updates, Treiber und Software auf FTP-Servern bereit. Das geschieht sowohl im Internet als auch in den Intranets und das wird auch noch länger so bleiben. Es gibt viele Vorteile beim Einsatz vom FTP, die besonders IT-Profis zu schätzen wissen. So ermöglicht Ihnen FTP die sichere und schnelle Übertragung auch sehr großer Dateien. Der Verbindungsaufbau zwischen dem FTP-Client und dem FTP-Server findet mittels genau definierter Ports statt. Ganz im Gegensatz zu vielen freien Lösungen wie Dropbox, die sich irgendeinem Port aussuchen, was schon allein aus Sicherheitsgründen nicht besonders klug ist. Die Anmeldung bei FTP erfolgt grundsätzlich mit Nutzernamen und Passwort, kann allerdings auch anonym erfolgen. Sicherheit kann bei FTP durch den Einsatz verschiedener zusätzlicher Protokolle gewährleistet werden. Zum Beispiel gibt es FTP über SSL, das nennt sich dann FDPS, oder sehr häufig kommt auch SFTP zum Einsatz, bei dem eine Übertragung mittels des SSH-Protokolls SecureShell gesichert wird. Grundsätzlich arbeitet FTP in zwei unterschiedlichen Modi. FTP nutzt zum Senden und Empfang sowie zur Übertragung von Dateien und der Verzeichnisse pro Vorgang je eine separate TCP-Verbindung und dazu kommt der Standardport 21 zum Einsatz. Nun hat gerade diese Tatsache, dass auf vielen Servern im Internet FTP-Server aktiv sind und der Port 21 offen ist, zu vielen Angriffen auf diesen Port geführt. Deshalb ist es, und das sei noch mal betont, ohne weiteres möglich, diesen Standardport zu ändern und damit die Sicherheit eines FTP-Servers zu erhöhen. Einer der zwei Modi, die zur Übertragung von Dateien bei FTP zum Einsatz kommen, nennt sich Active Mode, also aktives FTP. Dabei öffnet ein Client einen zufälligen Port, sendet diesen Port, den er geöffnet hat, mitsamt seiner IP-Adresse an den Server, an den FTP-Server und der übernimmt von nun an die Kontrolle über die Übertragung. Der zweite Modus nennt sich Passives FTP-Passive Mode. Dabei sendet der Client einfach eine Anfrage an den Server. Dieser öffnet einen Port und sendet diesen Port mitsamt der IP-Adresse zurück an den Client. Warum ist das so? Nun, heutzutage werden die meisten Clients hinter einem NAT-Router oder einer Firewall-Verbindung arbeiten, sodass eine aktive Verbindung wegen der gesperrten Ports grundsätzlich nicht zum Einsatz kommen kann. Deshalb werden heute die meisten FTP-Verbindungen über dem Passive Mode aufgebaut. So, ich denke, ich konnte Ihnen mit diesem kurzen Überblick einige technische Hintergründe zur Verwendung von FTP verdeutlichen, die wir im Laufe dieses Trainings noch weiter vertiefen werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017